Der Stada Gesundheitsreport geht in die dritte Runde. Unter dem Titel Sprechstunde Gesundheit, was sich Körper und Geist zu sagen haben, stellt der Pharmakonzern aus dem hessischen Bad Vilbel die zentralen Studienergebnisse vor. Die Erhebung fand gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Kenta Health statt. Sie zeigt, dass bei vielen Deutschen Geld ganz oben auf der Wunschliste steht. Dies sogar noch vor der Gesundheit. Zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen wurden 2000 deutschsprachige Personen befragt, die im Alter zwischen 18 und 70 Jahren waren. Zudem kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Frauen selbstkritischer als Männer sind. Denn obwohl 84% der weiblichen Befragten glauben, von Bekannten als attraktiv bezeichnet zu werden, sind nur 47% mit ihrem eigenen Aussehen zufrieden. Ein weiterer Aspekt, auf den der Gesundheitsreport eingeht, ist das Thema Erkältung. Die Befragten gaben an, dass 57% trotz Erkältung zur Arbeit gehen. Erkältungen sind demnach kein Grund, zu Hause zu bleiben. Die ganzen Studienergebnisse findest du natürlich im Netz. Der Link ist unten in der Infobox. Und damit auch du motiviert durch den Alltag gehst, gibt dir Dr. Wimmer noch einen Tipp mit auf den Weg. Ja, also die Deutschen wünschen sich ja, da haben wir gesehen in den Zahlen, lieber ein bisschen mehr Geld als ein bisschen mehr Gesundheit. Immerhin ist Gesundheit auf Platz 2. Das Schöne ist ja, man kann ganz viel an der Gesundheit machen und sehr viel rausholen, indem man bei sich selber anfängt. Das hat mit Bewegung zu tun, Ernährung. Und das muss nicht immer gleich sein, dass ich sage, ich laufe jetzt einen Marathon und ich esse nur noch irgendwelche Dinkelkörner. Sondern einfach darauf achten, ein bisschen in Maßen. Also lieber mal eine Runde spazieren. Ein kleiner Spaziergang tut schon so unfassbar gut. Einmal durch den Park gehen, auch mit dem Partner. Auf einmal hat man sich wieder was zu sagen, weil man miteinander reden muss oder man geht still nebenher. Oder man fängt zu Hause an zu sagen, das lasse ich mal weg, dafür esse ich lieber was Gesundes. Das sind so die ganz kleinen Veränderungen, die einen Rieseneffekt haben können. Und wenn das eine dann einem gut tut, merkt man, dann macht man das nächste. Und nicht immer diese Neujahrsvorsätze, wo man sagt, es muss alles morgen besser sein. Und nicht immer diese Neujahrsvorsätze, wo man sagt, es muss alles morgen besser sein.